Winitou ist gekommen. Ich hab einen Kompass. Meinst du den? Entschuldigung. Lass laufen. Ich hab einen Kompass. Jawohl. Meinst du den? Ich hab einen Kompass. Wo ist er? Nichts geht auch falsch. Schnell war das. Die Kaiserin wurde gestürzt. Dann hab ich mir das Dollarzeichen auf den Sack telefonieren lassen. Bitte einmal das Dollarzeichen auf den Sack telefonieren. Das ist Weltklasse. Tut mir leid. Ich brauch doch ne passende Vorwahl dafür. Zwei Brüder auf einer historischen Mission. Zwei Helden. Und ihr größtes Abenteuer. Stell dir vor, ich hab einen kennengelernt. Ihr Name ist Annette. Und morgen ist die Hochzeit. Eine Reise ins Ungewisse. Ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl. Exzesse an der Wall Street. Eine bedrohte, fremde Welt. Und das alles in einem einzigen Film. Wir haben lange auf euch gewartet. Servus. Servus. Sag mal, Spucki, hast du deine Glopolis dabei? Nur Rescue-Tropfen. Geil! Snusen. Rett euch! Was ist? Haben wir angegriffen? Fünfzehn Jahre lang hab ich meine Ruhe gehabt. Kaum kommst du da her. Jetzt raus! Ich denke, er hat genug Django. Allein für den Text gehört, der mal wieder ordentlich die Fresse poliert. Oh mein Gott! Was ist das? Gustav. Gus-Gustav. Jo-Jo-Pa-Öl! Nach Der Schuh des Manitou. Und Traumschiff-Surprise Periode 1. Ein Stiefmütterchen. Die neue Kinokomödie von Michael Bulli-Herbig. Habt ihr nicht auch so leichte Schwindelgefühle? Dann musst du Bachbrücken nehmen. Nein, dann brauch ich doch was, Herr Theresa. Der Film. Ja, Owen, war das jetzt ein Rübser oder bist du traurig? Der Film. Von Schuh. Als du texts Video und da tu achtst, tschüss. Wie im Kalt год.